Sie sind, meine Damen und Herren, auf einer Insel in der Südsee gestrandet. Der oder die einzige Überlebende eines Schiffbruchs. Es ist so gut wie alles perdu, sieht man von den angeschwemmten Wrackteilen ab, in denen Sie eine Kiste mit Werkzeugen finden, eine Bibel, ein paar Schreibutensilien und auch etwas Gold, mit dem Sie auf dieser Insel allerdings nicht viel anfangen können. Sie müssen ihr bisheriges Leben noch einmal neu erfinden. Lernen, wie man Körbelflicht und Waffen herstellt, um Wild und Fisch erlegen zu können. Lernen, Vorräte anzulegen und diese vor bösen Tieren zu schützen. Lernen, wie man sich ein Gewand schneidert. Denn sie sind zwar allein, wollen aber vor ihrem Schöpfer nicht nackt dastehen wie Adam und Eva vor dem Sündenfall. Sie haben das zwar noch während der Reise gehört, dass auf einer Nachbarinsel Kannibalen ihr Unwesen treiben, die bisweilen zu Beutezügen aufbrechen. Sie sehen eines Tages, mehr wohl, es ist ein Freitag, am Strand, im Sand, einen menschlichen Fußabdruck. Also sind Sie nicht allein. Ein anderes Wesen, ein Wilder begegnet Ihnen, den Sie vor dem Kannibalen retten. Jetzt müssen Sie eine soziale Welt schaffen, die auf Verständigung und auf Sprache basiert. Selbstverständlich bringen Sie dem Kerl Englisch bei. Später werden Sie mit Ihrem Gefährten sogar ansehnliche Häuser bauen. Naturgemäß kennen Sie, meine Damen und Herren, diese Geschichte. Schließlich haben Sie alle als Kind Robinson Crusoe gespielt, die Welt neu erfunden oder gestaltet. Oder wenn Ihre Seele eher zur Demut und zur Hilfsbereitschaft neigte, dann waren Sie eben jener freundliche, fast vertrauensselige Freitag, der stets dienstbare Moor. Der Autor, der Schöpfer von Robinson Crusoe, der 1660 geborene Daniel Defoe, der sich manchmal auch nach seiner flämischen Herkunft Defoe nannte, um Ansprüche auf Adel anzumählen. Daniel Defoe also war einer jener Schriftsteller, in deren Leben es ähnlich wild zuging wie in ihren Romanen. Es lag ein wenig an den Umständen seiner Zeit und seiner Herkunft. Er war Presbyterianer, eine Form des Protestantismus, dürfte daher aber nur ein Beispiel nicht in Oxford oder Cambridge studieren, was natürlich der Weg zum Erfolg gewesen wäre. Die Schwierigkeiten des Lebens von Defoe lagen aber auch an seinem etwas ungestümen Geschäftsgebaren. Weder als Schiffsversicherer noch als Ziegelhersteller konnte Defoe nennenswerte Erfolge verbohren. Im Gegenteil, die Schulden häuften sich. Und das bedeutete peinliche Strafverfolgung, der man sich entweder durch die Flucht außer Landes oder durch die Flucht in eine reiche Ehe entziehen konnte. Defoe wählte die zuletzt genannte Alternative und entdeckte zudem für sich einen neuen, halbwegs lukrativen Geschäftszweig, das Schreiben und das Handeln mit Meinungen. Das trieb er sogar so weit, dass ihm irgendwann unterstellt werden konnte. Er habe sich als Spion, wenn nicht sogar als Doppelspion, engagieren lassen. Seine publizistische Hinterlassenschaft ist gigantisch. So gigantisch, dass es vermutlich nur elektronischen Medien eines Tages immer gelingen wird, uns einen Überblick über das Gesamtwerk zu verschaffen. Ein englischer Kritiker hat dazu immer geschrieben, außer dem Drama und dem Libretto war kein Feld der Literatur vor ihm sicher. Und Defoe schrieb unermüdlich und mit Leidenschaft und er mischte sich ein in das politische Geschehen, erkundete das Altersleben in Großbritannien, das Justizsystem des Landes besuchte Waisenhäuser, nahm an Hinrichtungen teil, besuchte Gefängnisse, schrieb Pamphlete. Für eines wurde er sogar einmal an den Pranger gestellt. Da war er schon über 40 Jahre alt. Gott sei Dank ging die Sache für ihn gut aus. Er wurde am Pranger nicht bespuckt oder mit Steinen beworfen, was durchaus damals hätte passieren können. Nein, die Passanten spendeten ihm Beifall für jene Schrift, eine liberale Schrift, der er die Strafe zu verdanken hatte. Bleibt noch zu erwähnen, dass Defoe auch die erste Wochenzeitung Englands gründete und in seinem Schreibfuhr meist von der ersten bis zur letzten Seite selber füllte. Dieser Hinweis ist deswegen wichtig, weil in dieser Zeitschrift erstmals eine Verbindung von Moral und Aufklärung und Unterhaltung angestrebt wurde zur Illustration einer bestimmten These, eines religiösen, eines modischen oder eines politischen Grundsatzes. Dafür wurde eine beispielhafte Geschichte erzählt, beispielhaft wie etwa in der Bibel. Bekanntlich sind es nämlich gerade eben diese Beispiele, die uns am stärksten im Gedächtnis bleiben. Und wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, dann können Sie den Abenteuer, den vermeintlichen Kinderroman Robinson Crusoe auch als ein gewaltiges Exempel für Nutzernfrommen einer christlichen Lebensführung nehmen. Deshalb noch einmal zurück zu dem Roman über eine Strandung und eine merkwürdige Rettung. Robinson hat Schuld auf sich geladen, weil er gegen seinen Vater revidiert hat. Dieser Vater, ein achtbarer, gottesfürchtiger Zeitgenosse, wir dürfen den Vater des Autors als Vorbild nehmen. Der war Metzger, glaube ich, und Kerzenzieher. Dieser Vater also will seinen Sohn auf ein Leben in bescheidenen Verhältnissen festlegen. Ehrbar, anständig und dem Herrn gefährlich. Doch der Sohn stiehlt sich aus dem Haus und lässt sich als Matrose anheuern. Ihn locken das Abenteuer und der Reichtum. Er will Kaufmann werden, nicht unbedingt ein christlicher Kaufmann. Anfangs ist er ein Erfolg beschieden, auch durch Spekulationen im Sklavenhandel. Er verdient viel Geld, verliert es wieder, verdient wieder viel Geld, ein neuer Bankrott. Ein wenig so wie im wahren Leben des Daniel Defoe. Erst der letzte Schiffbruch lässt ihn zur Besinnung kommen. Und nicht nur der feinfühlige Leser spürt schon hier die religiöse Vorzeichnung des Stoffes. War es nicht Jonas, der sich gegen Gott, den Vater, auflehnte und deshalb auf hoher See von einem Wal verschlungen wurde? Legt Gott uns nicht allen die mannigfaltigsten Prüfungen auf, wenn wir gegen seinen Willen verstoßen? Und sollten wir unsere Läuterung nicht mit dem Studium der Bibel beginnen? Eben jener Bibel, die, das kann doch kein Zufall gewesen sein, aus dem Wracktschiffes gerettet werden konnte. Was tut der gestrandete Robinson Crusoe, um seinem Läuterungsprozess eine feste Form zu geben? Er führt Buch. Er notiert wie ein gewissenhafter Buchhalter seine täglichen Erfolge und Rückschläge im Umgang mit der Natur. Genauso, wenn Sie sie wollen, wie im Geschäftsleben. Genauso wie in den Fortschritten, die seine Seele macht. Es war dies nebenher gesagt nicht unüblich für die Zeit. Dieses genaue Abfassen von Protokollen, von Abrechnungen, mit dem eigenen Gewissen, dem Bilanzieren seelischer Posten. Diese Aufzeichnungen von Soll und Haben wurden sogar häufig veröffentlicht. Eine literarische Anregung, Anklage und eine besonders strenge Form der Kontrolle. Wer weiß, mancher Kalvinist, Puritaner, Episkipalist oder wer sonst noch diese Form des Bekenntnisses praktizierte, mag sich heimlich nach der diskreten Form der Uhrenbeichte gesehnt haben, wie sie die Katholiken praktizierten. Und noch ein weiteres Motiv aus dem religiös-weltlichen Kontext. Der Wilde mit dem Freitag ist natürlich noch nicht der edle Wilde, wie wir ihn bei Rousseau erleben. Rousseau war beim Erscheinen des Robinson Crusoe gerade erst mal sieben Jahre alt. Der Sklavenhandel geschah natürlich auch nicht mit edlen Wilden, sondern mit gejagten Schwarzen. Aber Freitag, tritt der Buchführung unseres Helden, dürfen wir hier glauben, und zwar just glauben, an einem Freitag in das Leben von Robinson. Freitag starb Jesus den Tod am Kreuz für alle Menschen. Und das schloss die sogenannten Eingeborenen, die Heidenkinder, ausdrücklich ein. Schließt sich hier übrigens ein kleiner biografischer Bogen zu dem jungen Daniel Defoe, der als Politiker vehement dagegen gestritten hatte, dass es so etwas wie einen reinen Engländer, also so eine Art rassistisches Ideal, a true-blooded Englishman, geben könnte. Bei den vielen Volksstämmen, die sich über die Inseln und deren Bewohner hergemacht hätten, sei jeglicher Anspruch auf Reinheit schlicht lächerlich, schrieb er. Und es ist nur bedauerlich, dass diese Botschaft weder in Großbritannien noch in anderen Kulturnationen Europas verstanden oder angenommen wurde. Robinson Crusoe wurde von seinem begierigen und begeisterten Publikum nicht als Roman gekauft, sondern als fiktionalisierte Tatsachengeschichte. Das hängt damit zusammen, dass der Roman als eine eigenständige Form in England erst ein gutes halbes Jahrhundert später durchgesetzt wurde, Luther Bene mit Lawrence Stern. Daniel Defoe bewegt sich dagegen noch sehr virtuos in einem Zwischenreich, in dem Abenteuer Geschichten, wie jene über den ausgesetzten Seemann Alexander Selkirk, Reiseschilderungen, Chroniken, Gerichtsakten, ineinander geschnitten, doch unerschütterlich als Wahrheit reklamiert wurden. Viele Geschichten beginnen damit, dass der Autor zufällig auf dem Dachboden hinter einem Regal in der Kiste eines Antiquars in einer höchst abgelegenen Stadt auf ein Manuskript gestoßen ist, das er nach sorgfältiger Prüfung für echt halten müsse und hiermit dem geschätzten Publikum vorlege. Anders gesagt, die Erfindung einer Geschichte galt noch für fauler Zauber. Auch Defoe beharrte bis zur Humorlosigkeit darauf, er sei nur der Herausgeber dieses getrollen Berichts wahrer Begebenheiten. Gut, der Mann wusste als Kaufmann, was er einem Markt zutrauen konnte und was nicht. Jedenfalls in diesem einen spektakulären Fall, der ihn zur literarischen Berühmtheit machte. Noch ein Wort zum Buchmarkt der damaligen Zeit. Es war höflich gesagt ein Markt von äußerst windiger Natur. Wenn ein Buch Erfolg hatte, konnte der Autor sicher sein, dass bald andere, meist weniger begabte, doch gewiss raffsüchtige Kollegen seinen Stoff aufgriffen und in verwandter Form dem Publikum anboten. Das musste auch Defoe mehrfach erfahren. Mehr als sich darüber ärgern konnte, ein nicht geistiges Eigentum wurde erst Jahrhunderte später unter Schutz gestellt. Im Fall Defoe war ein Schutz noch zusätzlich dadurch erschwert, dass unser Autor einen packenden, doch keineswegs einen hochliterarischen Stil schrieb. Dazu war er viel zu lange Journalist gewesen. Dazu behagt ihm der vermeintlich hohe Ton viel zu wenig. Das ist die eine Seite der Medaillen. Auf der anderen Seite steht, dass wir es mit einer glücklichen, frühen Form des Unterhaltungsromans zu tun haben, den wir, wir haben es gerade vorgeführt, auch streng christlich lesen können. Am liebsten aber mit der heißen Stirn unserer Kindheit, als wir selber noch Robinson waren. Oder eben Freitag. Agovina 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 Vielen Dank.